Hallo, hier ist Kathi und ich mache jetzt ein Video zum Thema Loslassen. Das Thema Loslassen wird uns immer, immer wieder im Leben begegnen. Wenn wir ein aktives, bewusstes und erfüllendes Leben führen möchten, dann kann es passieren, dass wir entweder selbst entscheiden, dass wir Dinge loslassen möchten, dass wir Dinge zurücklassen möchten oder aber manchmal wird verlangt auch das Leben von uns, dass wir Dinge gehen lassen. Das können Menschen sein, das kann ein Beruf sein, das können was mit der Familiensituation zu tun haben, das können bestimmte Orte sein, wenn, ja, die wir manchmal loslassen müssen. Und es gibt, für mich macht das einen großen Unterschied, habe ich gemerkt, ob ich selbst entscheide, dass ich etwas loslassen möchte, weil ich merke, es tut mir nicht mehr gut, oder schwieriger für mich, herausfordernder ist es, wenn ich merke, ich muss etwas loslassen, was mir aber eigentlich vielleicht noch wichtig ist oder wo ich noch nicht dazu bereit bin. Oder, ja, das habe ich schon mehrmals erlebt, also das zum Beispiel, als ich aus Berlin weggegangen bin, um dann nach Leipzig zu kommen, aber einfach, als ich gemerkt habe, die Wege an meiner Schule, an der Heilpraktikerschule, in der ich in Berlin gelernt habe und meinen Lebensweg gehen auseinander. Also ich war da 13 Jahre, das ist eine lange Zeit für mich und irgendwann habe ich gespürt, beobachtet, das trennt sich und es hat sehr, sehr weh getan und geholfen hat mir damals, dass eine Kollegin von mir zu mir gesagt hat, dass sie die Erfahrung gemacht hat, dass, ja, dass da Platz gemacht wird, für was das mehr passt, das besser passt, das erfüllender dann ist. Ja, Dinge gehen nur, wenn sie nicht mehr passen oder, ja, wenn es nicht mehr stimmt und so war das dann auch und es ist auch so, dass, wenn ich merke, mein Leben ist nicht so erfüllend, wie ich mir das wünsche, ich bin nicht so glücklich, wie ich mir das erhoffe, dann ist es Zeit, Dinge rauszuwerfen, damit überhaupt Platz wird, dass da was Neues kommen kann, ja, nur in einem Regal, wo Platz ist, kann auch was Neues reinkommen, so. Und, ja, die, die, das, was uns oft das schwer macht, dass wir etwas loslassen, ist die Angst vor dem Unbekannten. Ich habe da auch gerade einen Artikel geschrieben, den verlinke ich unten in der Infobox, da geht es um das Nachhausekommen. Und eine Phase dabei ist es, auch Dinge loszulassen, wenn wir zu uns nach Hause kommen wollen, zu dem Leben kommen wollen, das uns erfüllt. Und, ja, wir versuchen das Vertraute festzuhalten, auch wenn wir merken, es tut uns eigentlich gar nicht mehr gut, aber es ist an der Zeit und zu dem Video animiert wurde ich oder die Idee dazu kam mir, weil ich auch gerade wieder loslassen muss. Ich habe es nicht frei gewählt, sondern ich merke, dass liebe Menschen aus meinem Leben gehen, wo sich die Lebenswege auseinander bewegen und, ja, es gibt da bestimmte Phasen, die man durchläuft, die ich durchlaufen muss, dieses Loslassen mit sich bringen und da einfach zu merken, da ist es zum Beispiel ganz wichtig zu merken, dass mir diese Menschen am Herzen liegen, dass sie einen Platz in meinem Herzen haben und das tut weh, wenn die dann gehen. Ja, und da diesen Herzschmerz zu spüren, diesen Schmerz, diese Trauer zu spüren, dass das geht, dass der Mensch geht, dass der Beruf geht, dass der Ort geht, das ist total wichtig. Und jetzt habe ich vergessen, eins wollte ich da noch sagen, genau, das Loslassen, das kann man auch nicht machen, das passiert, ja, das ist was, was man beobachtet und man kann sich dem entweder in den Weg stellen und sagen so, nein, und versuchen es festzuhalten und vielleicht klappt es auch, aber so mit diesem Gedanken, dass da was Schönes, Neues kommt, was einen noch mehr erfüllt, dass da Platz wird für etwas, das gibt mir dann den Mut oder auch, ja, ich kann die Menschen ja auch nicht aufhalten, ich kann nicht zwingen, dass sie bei mir bleiben. Und ganz krass ist das natürlich in der Partnerschaft, wenn da eine Trennung vollzogen wird, dann kriegt das alles nochmal viel mehr Gewicht, so, und zu spüren, dass das Herz verwundet ist, dass es offen ist und, ja, und trotzdem möchte ich dir Mut machen, da loszulassen, wenn du das mitbekommst oder wenn es von dir verlangt wird und, ja, weil dann Platz wird für etwas Neues und die Verwandlung ist das Natürlichste in diesem Leben und wir können diesen Prozess gar nicht aufhalten, und wir können uns dagegen wehren, aber es wird sowieso passieren und es ist leichter, wenn wir dem zustimmen und wie gesagt, es ist ein Prozess, den wir nicht verhindern können und den wir uns angenehm machen können, ja, wenn wir wohlwollend auf das schauen, was da passiert und, ja, das war's auch schon dazu und wenn du eigene Gedanken dazu hast und Hinweise und Tipps, was dir hilft, loszulassen und was deine Erfahrungen damit sind, dann schreib sie gerne in einen Kommentar, ich trete gerne mit dir in einen Dialog, also, lass es dir gut gehen und, ja, let it go.